Da ist das letzte List, hoffe ich mal. Das war nicht so brickelnd. Das wollte ich eigentlich nicht, aber auch gut. Jetzt gibt es das Schwarm auf Svaktor, er hat's backed away, okay. Das heißt, ich muss wirklich nur noch die töten, die hier am Leben sind. Da muss ich gucken, wie ich da aufkriege. Ich kann doch einfach hier rumlaufen, bin ich doof? Oh, aber ich kann jetzt gerade mal damit, falls was schief geht. Und damit ich wieder voll einsatzfähig bin. Also ja, ich habe es wirklich geschafft, die Schraktorschwärme endgültig auszulöschen. Ähm, bin ich falsch? Ja, falsche Richtung. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch nie wieder kommen. Diese nervige Mitteilung. Und auch kein Leck mehr und nichts mehr angenehm. Und wir haben fast ein ganzes Level wieder gemacht. Stimmt, damit könntest du sie zuschlagen. wir haben Sie so, eine Eier-My-Lock-Ereise. Und wir haben sie nicht mehr, das kann sie noch besser machen. Ruhe. Endlich Frieden. Ruhe und Frieden. Hm. Okay, das hat schon mal nicht da aufgemacht. Hm. Und das macht nur hier auf. Ah, ich hab ja jetzt Ruhe zum Nachgucken. Hm. Hab ich da was gesehen? Nö. Das hat aber wahrscheinlich nur der Frontparty, ja, so viele Erfahrungspunkte gebracht. Weil die haben ja die meisten Schraktors weggehauen. Hm. Ah Energy Field Key Wieder mal einer Oh, ich weiß, wo ich den benutzen kann Muss ich wieder hier durch Darunter Oder ich port mich einfach hier hin zurück Weil den kann ich Hier benutzen Genau So, den aber dunkel Das ändern wir gleich So So Ich bin Hier Das heißt, ich gehe einfach da drüben hoch Bin wahrscheinlich auf der falschen Seite Aber das ist Kein Problem Das heißt, ich gehe einfach da drüben So Secret Found, okay Du bist Erz Noch ein Energy Field Key Wie praktisch Auto Crank Crossbow Can't use Hmm Tja Crossbow-Crabble. Steht auch bei der Beschreibung, wie man die Dinge benutzt. Nee. Hmm. Pathfinder X. Und hier war nichts. Okay, dann. Ist das hier wohl der Weg zurück, hä? Ja. Kann ich die noch irgendwem mitgeben, bevor er überladen ist? Ja, ihm. Okay, damit hätte sich das Thema schon mal erledigt. Das heißt, einmal zurück zur zentralen Kammer. Ein bisschen ausmisten. Oh, und ich habe noch jede Menge Schriftrollen, die ich noch nicht vorgelesen habe. Das kann mit Transpitation geändert werden? Okay. Dum, 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 dum. Dem Zauber hier. Dafür bräuchte ich 4,48 in Earthmagic. Naja, dann bin ich fast. Okay. Wizards Wounds 4. Mit Nekrochemie könnte ich das Ding verändern. Äh, Nekrochemie, wo warst du noch mal? Ah. Dark Wound Lantern. Hm. Hab ich den Reforging Flames Spell? Hab ich den? Fury Burst, fireball, flame Burst, mage light, fire burst, enchant fire Reforging Flames. Hm. Blazing Rune Lantern. Energy, Stärke, wow. Das ist ja mal cool. Mhm. Das ist sogar sehr cool. Fire and Soulguard and Searing Aura and Lantern Light. Flame Wave Spell's Power is Increased. Soulblazer Spell does not force the Caster to sacrifice himself and cast. Firemagic Bastards can permanently gain the Aura and aggressive Traits. Also serves as a Torch. Hm. Cool. Die beiden Sachen möchte ich aber gerne aufheben. die Sachen können hier rein. Die Sachen können hier rein. die Sachen lassen Aura mehr und den Wasser deve är неп 安全